So, willkommen zurück, jetzt geht's endlich weiter, mal wieder hier. Ähm, ja. So, äh, ich bin immer noch fasziniert von diesem Sp... Oje. Oje, da hinten brennt's. Und die Feuerwehr kommt nicht hin. Ja, wie kann ich denn die Reichweite erhöhen? Ah, ne, Feuerwehr ist trotzdem unterwegs, perfekt. Ja, wie gesagt, das heißt nur, dass halt dann die Feuerwehr nicht so schnell da ist. Aber dass das wenigstens ankommt, das läuft ja dann schon. Ähm, genau, das Stromnetz, das müsste ja jetzt einfach gut laufen. Ähm, ja gut, da können wir eigentlich nochmal irgendwo... Äh, nochmal was reinbauen. Ja gut, das... 7 Megawatt, das ist ein bisschen weniger, eins weniger als das andere, aber das klappt immer noch gut. Von der Stromversorgung, da haben wir auch ein bisschen Überschuss. Ähm, ja, das ist gut. So. Wir schauen uns nochmal an hier, Industrie... Also diese... Wie heißt denn das hier nochmal? Kring besiedeltes Gewerbegebiet. Äh, das läuft echt ganz gut. Das heißt, wir könnten da theoretisch nochmal ein bisschen was mehr bauen. Da bräuchten wir... Aber auch nochmal eine Straße. Geht das so? Nein, ich will das nicht. Ja, so geht das einigermaßen. Ähm... Kann man das hier einfach noch alles reinmarkieren. Zack, 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 zack. Und vielleicht müssen wir das... Also irgendwann muss man die Stadt einfach umstrukturieren, aber jetzt erstmal das... Das so läuft. Ähm... Gut, Wasser ist da, Strom auch. Ich finde es auch faszinierend, wie sieht denn das Ding hier aus? Ja, das ist interessant. Rauchmelder kostenlos zur Verfügung. Haben wir das hier auch? Auch Melderverteilung? Ja. Hier auch. Freizeitnutzung. Okay, das heißt dann so viel wie... Hier Drogennutzung und so weiter. Aber gut. Wir können eine Autobahn bauen. Können wir die Autobahn auch über eine Kurve praktisch hier... Höher werden lassen. Nicht genügend Geld. Okay, die scheinen echt teuer zu sein. Gut, aber mit so einer Autobahn... Könnte man dann seitlich, wo es eh schon etwas lauter ist... Moment, ihr erzählt gleich weiter. So, dann haben wir hier das auf jeden Fall. Haben wir hier Wasser. Genau, dann können wir in der Autobahn, wenn es hier eh ein bisschen lauter ist... Wo war denn jetzt noch diese Anzeige? Verschmutzung. Wo war denn Lärm jetzt? Hier. Boah. Okay. Gut, aber da sind ja unsere Wohngebiete relativ gut verschont bisher. Also da haben wir nochmal... Glück gehabt. Was können wir machen? Gut, Geld haben wir gleich wieder. Da können wir dann eigentlich mal sparen oder auf jeden Fall dann weiterbauen. Ich weiß nicht, wie es mit den Buslinien aussieht. Hier haben wir gerade einen fahren. Der hat 30 Leute dabei und da stehen halt nochmal welche, ne? Wir müssten eigentlich... Wir müssten eigentlich... Ja, das ist... Wir müssten eigentlich nochmal eine neue Strecke bauen, da. Was ist ein neues Gebäude? Ein Friedhof. Dort ist ein Friedhof. So, wo können wir den hinbauen? Irgendwie an ein ruhigeres Plätzchen, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Dort ist bereits belegt. Ja, geht dann wohl nur hier. Und wieso braucht jetzt ein Friedhof Wasser? Hatten wir hier nicht... Äh, ne, da fehlt wieder, okay. Gut, dann machen wir das aber... Schön hier so rüber. Rauchmeldegerät, danke schön. Joa. Jetzt aber nochmal wegen der Buslinie hier, ne? Da könnte man da auch nochmal so drauf, indem man hier sagt, Modify Line. Delete Line. So, New Line. Zwar eine Linie, die hier die Paar mitnimmt. Und dann hier rüber fährt. Können wir hier die ganzen Angestellten rüberholen. Dann nehmen wir nur eine kleine Linie hier rüber ins Industriegebiet. Können wir irgendeine Kurbel. Ah, die sind natürlich doof jetzt. Dann fangen wir einfach hier so eine Kurbel rüber. So. Aber jetzt wollen wir das nicht mehr so lange wie vorher machen, aber da fehlt es natürlich. Ein paar Querstraßen, egal. Wir machen das nachher nochmal neu. So. Dann machen wir dann nachher einfach zwei Fahrten. Und wir nehmen jetzt die Haltestelle hin. So. Dann haben wir jetzt die erste Linie eröffnet. Müssten jetzt hier auch die Busse irgendwie losfahren. Hier fahren sie los. Sehr schön. Das Ganze können wir auch nochmal schön hier angucken. Unsere Filmkamera. Das läuft alles ein bisschen suboptimal hier. Aber wir brauchen einfach jetzt nochmal eine neue Linie. Damit holen wir dann einfach eine richtig andere Straße hier ab. Die hier. Zack. Und jetzt können wir, ich weiß nicht, Kreuzverkehr müssen wir eh. Nehmen wir nochmal einen Halt. Dann eben ein paar anderen Stellen auch. So. Jetzt brennt es da wieder. Und damit schließen wir dann die Linie einfach ab. So. Aber ich denke noch eine einzige Linie ist notwendig. Wo wir einfach hier einsammeln lassen. Zack. Wir fahren nochmal. Dann fahren wir einfach welche durch. Halten hier einmal. Fahren hier hoch. Halten hier einmal. Fahren hier hoch. Halten da einmal. Hier runter nochmal halten. Und dann geht es einfach irgendwie durchs System. Wieder. Oder natürlich eine lange Strecke. Egal. Muss jetzt halt dann eine längere Fahrt sein. So. Egal. Ich hoffe das Busdepot hält es aus. Ich finde die Stadt hat sich gerade rasant schon verändert. Irgendwie durch die ganzen Off-Level-Dinger. So 0 von 30 drin. 0 von 30 drin. 0 von 30 drin. Low. Das ist ein Shuttle-Service hier. Das ist unglaublich. Bus Nr 2, Bus Nr 2, Bus Nr 3. Und man hat Jackson fährt hier rum. Ich soll ja vielleicht einen Bus benutzen. Und ich habe jetzt so viele Dings hier gemacht. 67 Bürger pro Woche. Pro Woche? Ich dachte. Naja gut. Ich dachte. Der nimmt ein bisschen mehr mit. So. Schau mal an. Aber wir sind hier jetzt auch. Hier ist das Massenamt drin. So. Jetzt kommen hier nämlich alle 30 rein. Wo bleibt mir der Bus da hier? Hä? Bus Linie 2. Fährt immer nur vorbei. Was ist denn hier los? Hä? Ich blick. Nichts mehr. Hm? So. Was ist denn hier los? Bus Linie 2. So. Was haben wir denn noch von der Bus Linie? Ich verstehe es hier nicht. Ich verstehe es hier nicht. Jetzt haben wir hier noch von der Bus Linie 2 und der Bus Linie 1. Okay, dann können wir das hier schon mal unterscheiden, weil wir jetzt verschiedene Bus Farben unterwegs sind. Gut. Aber irgendwo muss ja auch noch eine Bus Linie 1 unterwegs sein. Und die machen wir nämlich grün. Sonst drehe ich hier echt gleich vollkommen alter Amrad. So. Wenn wir jetzt den ganzen Ramschir mal anschauen, dann sehen wir auch, was hier los ist. So. Okay, das ist Bus Grün. Bus Grün hält hier immer. Bus Grün hat aber fast keine drin. Wo fahren die eigentlich lange? Bus Grün hält hier gerade aus, da hoch, da rein, zurück. Sorry aber. Die rote Linie. Kannst du mal echt knicken gerade, ne? So. Die rote Linie soll lediglich... ...hier Leute einsammeln. So. Dann wollen wir mal anhalten. Hier hoch. Hier anhalten. Da rein und die Linie schließen. So. Und jetzt warte ich mal auf den Bus, den ich abpasse und mal schau. Mal schauen, mal schauen. Ich brauche jetzt einen Bus, der hier hält und das dann die Linie, die ich wieder in eine andere Farbe geben werde. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Wir haben Urlaub viel länger inzwischen. Wir haben auch Kohle wie Sau gerade. Aber irgendwie brauchen wir jetzt erstmal schnell einen Bus, weil sonst... ...hört es hier echt knapp. ...hört es hier auch anders finden. So, ich suche da jetzt mal. Vielleicht gibt es auch keinen Platz mehr. Hm. 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 Wir schauen nochmal. Hä? Da kommt einer. Bus Linie 4. So. Jetzt müssten da auch ordentlich Leute noch mitgenommen werden. Schau ich mir an. 21 Leute drin. 2 Leute drin. Der hält jetzt auch hier. Und nimmt auch einen Großteil mit. Der nimmt auch einen Großteil mit. Der nimmt auch einen Großteil mit. Okay. Hier kommt nochmal einer. Okay, da wollen halt nicht viele rein. Ach, ist jetzt auch nicht mein Problem hier. Wir bauen jetzt mal noch irgendwas. Äh. Ich gucke jetzt aber irgendwie. Genau, wir wollten die Autobahn weiter bauen. Jetzt haben wir nämlich genügend Geld. Jetzt haben wir nämlich mal die Autobahn hier weiter gebaut. Einfach die Autobahn hier weiter bauen. So. Die könnte man hier theoretisch wieder runter gehen lassen. So. Dann hätten wir einmal so ein schnelles Umgehungs Ding, um dann nicht durch die Stadt zu müssen. Ist die Frage, ob der Mist überhaupt genutzt wird, ne. Oder warte mal. Wir können eigentlich hier theoretisch. Geht das nicht. So. Jetzt habe ich einfach so eine noch so raus. Naja, egal. Wir lassen das erstmal. Hier kann man da einzelne Autobahnen aufhauen. Ach. Keine Ahnung. Eigentlich fahren da auch unsere Busse lang, ne. Die dann hier schnell hinten hin wollen. Das ist natürlich interessant. Man ist natürlich schneller unterwegs als hier quer durch die Stadt. Ähm. Pflanzen wir jetzt hinten nochmal ein bisschen Wasser ran. So. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber gut. Läuft eigentlich. Wir haben massig Geld. Ähm. Und Steuern sind ja auch niedrig. Das gefällt allen bisher. Äh. Das levelt sich ja alles ganz schön krass auf. Und äh. Hier können wir eigentlich. Nur sagen. Äh. Ups. Hier können wir eigentlich nur sagen. Hier können wir eigentlich nur sagen. Zieht ein. So. Ein bisschen Industrie. Kann man auch wieder. Einladen hier. So. Cool. Ja. Ich denke. Das wird. Was. Auf jeden Fall. Bitte kleinen Lagerräumen zu ziehen. Und Türen zu verbieten. Dann wählen sie weiter. 0 110. Verlassen. Ja. Ist auch klar. Wenn man drei Apotheken auf einer Stelle hier einfach. Äh. Sind die bekloppt. So eine Scheiße. Und abgerissen. So. Fahrrad zieht drei Stück. Ich glaube es hackt. Na gut. Ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.